Max Pallenberg war ein österreichischer Sänger, Schauspieler und Komiker. Er war einer der bedeutendsten Charakterkomiker seiner Zeit, und spielte häufig unter der Regie von Max Reinhardt. Leben Max Pallenberg wurde am 18. Dezember 1877 in Wien II. Leopoldstadt, Wintergasse 7 als Sohn des aus Galicien nach Wien eingewanderten Brandweiners Markus Pallenberg und seiner Frau Kresselgeb. Korsor geboren. Nach einer Ausbildung zum Schauspieler trat Pallenberg bei einer Wanderbühne und an Provinztheatern auf, bevor ihn Josef Jarnow 1904 an das Theater in der Josefstadt in Wien engagierte. 1908 ging er als Operettenkomiker an das Theater an der Wien, sang unter anderem in der Uraufführung von Franz Lehas Operette Der Graf von Luxemburg und spielte 1910 Elftel am Deutschen Volkstheater in Wien. Seit 1911 spielte Pallenberg in München, 1914 wurde er von Max Reinhardt an das Deutsche Theater nach Berlin verpflichtet, wo er seinen künstlerischen Durchbruch erzielte und mit Glanzrollen wie dem Schluck in Gerhard Hauptmanns Schluck und Jau und dem Pichum in der Dreigroschenoper bald einer der bekanntesten Charakterkomiker seiner Zeit wurde. Seit den 1920er Jahren unternahm er internationale Gastspielreisen, trat wiederholt in Wien auf und hatte hier in der von Hugo von Hofmannsthal für ihn geschriebenen Titelrolle der 1923 uraufführten Komödie Der Unbestechliche einen besonderen Erfolg. Weitere große Rollen waren die Titelrolle in Lilium, der Theaterdirektor in Sechs Personen suchen einen Autor, sowie die Titelrolle in Max Brotz und Hans Reimanns Bühnenadaption von Die Abenteuer des braven Soldaten Schweg in der Regie von Erwin Piskator. Zu Pallenbergs wichtigsten Rollen bei den Salzburger Festspielen zählen der Mephisto in Faust, Argan in Der eingebildete Kranke, Der Teufel in Jedermann und Trufaldino in Tyrandeau, alle in der Regie von Max Reinhardt. Pallenberg spielte in mehreren Stumm- und Tonfilmen, so 1915 in Max und seine zwei Frauen und in Fritz Kortners Der brave Sünder. Am 20. Februar 1917 heiratete Pallenberg in Berlin-Charlottenburg Fritzi Massari, eine der größten Diven der 1920er Jahre. 1933 ging er mit seiner Frau nach Österreich ins Exil. 1934 starb er bei einem Flugzeugabsturz bei Karlsbad in der Tschechoslowakei. Sein Grab befindet sich im Urnenhain der Feuerhalle Simmering. 1955 wurde die Pallenbergstraße in Wien-Hietzing nach ihm benannt. Charakterisierung bei der Beschreibung des Charakterkomikers Pallenberg werden seine große Gestaltungskraft, seine Improvisationskunst und sein sprachlicher Variationsreichtum genannt. Er gilt als Repräsentant des kritischen Volkstheaters. In seinem Spiel bezog er Aggressivität und Groteske mit ein, ebenso die Kritik der Rollen. Herbert I. Hering schrieb, schauspielerisch ist Pallenberg die verwegenste Konsequenz des Improvisationskomikers der Comedia dell'arte. Kurt Tucholsky beschrieb Max Pallenberg einmal als ein Teufel, ein entgleister Gott, ein großer Künstler.